Ich glaube, Helia habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, Helia kenne ich so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, schon gesehen. Okay, auf geht's. Mal gucken, wie viele Quests ich heute abgeschlossen bekomme. Sonst eigentlich so im Schnitt so vier bis fünf. Ja, das ist gut. Ja, das ist wie eine Anfrage geschickt. Okay, sehr schön. Sie ist nur gerade einkaufen. Wenn ich dran denke, werde ich sie ausrichten. Aber ansonsten, wenn sie gleich wieder da ist, kannst du auch kurz schreiben, dass du hier eine Anfrage geschickt hast. Jo, bin drauf. Das ist auf jeden Fall gut, weil dann könnt ihr euch ja gegenseitig auch Post schicken. Das hat auf jeden Fall Vorteile und das macht auch viele Dinge einfacher. Nein, mein Video sammelt ja genauso Anleitungen für, auch für den Server wie ich. Outsch. Nice Heal, sehr schön, aber gut, ist glaube ich, in dem Wackern keinen Heal, ne, war glaube ich so ein Fuff von einem Kollegen, ne, der in Jagdhorn, Jagdhorn ist cool, das ist so eine richtig coole Supporter Waffe. Ah, Playnow ist drin, sehr cool, ah, sind gerade in der Lobby, ich hoffe, er ist ja auch im Stream, weil, dann sieht er ungefähr, wie weit wir sind, nicht, dass er jetzt ewig lang auf uns warten muss, ich hab ihm die Waffe ausgerüstet, wäre sonst irgendwie doof, also, wenn er jetzt, wobei das sollte eigentlich schnell gehen, so ist zumindest meine Erwartung. Ich tippe auf keine 10 Minuten, oh boy, ja vielleicht doch, wenn ich so weitermache. Oh, sehr gut, komm. Waffe aufladen, Waffe schärfen, oh, no, 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 so, Waffe schärfen, kriege ich einen Falcon Punch, okay, es sind zwei, komm, auf den Schwanz, ach, schade, ich dachte, der wird ab, der geht ab, schade, na gut, okay, dann, sorry, wofür, jawohl, wieder gemountet, Daher geht's los, okay, ey, ah, navi, aggiung so dann fehlt nur noch der nagakugan nagakuga kommt sehr schön dass es sehr entgegenkommt vielleicht einen ball und dann passt das so 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 Ah, der Feetum ist so flink, das ist kein Mann. Ich geh da auch ne weiter, wo ich kann's glaube ich anspringen, ne? Kommt, hau drauf, genau. Oh, wird wieder eingegeben, na cool, Heilung, glaub ich. Oh, Energy Drink? Oh, das ist ein Feetum. Oh, das ist ein Feetum. Okay, Single-File. Das ist ein Feetum. Oh, das ist ein Feetum. Oh, das ist ein Feetum. Genau. Okay, kann ich einmal kurz die Waffe schärfen. Ja, steile mal, ist gut. So, wir wollen sich glaube ich nochmal kurz die Fiolen auffüllen. Aber wenn er nicht so flink wäre. Ja, ich glaube ich hab gleich ne Heilung rein. Ich glaub noch geht's. Ist ja nur High-Ranking. Oh no. Oh, ich hab mein Falcon Punch gewastet. So, Unfall drauf her. Ja, okay, erst down. Oh ne, ich wollte nicht wollen. Ich wollte.